Mit diesem neuen Tool im Finanzportal können unsere Kundinnen und Kunden ihre Liegenschaft selbstständig bewerten. Sie bekommen auch Informationen, wie sich ihre Liegenschaft zukünftig entwickelt. Dafür nutzt die VZ eine der grössten Datenbanken zur Wohnimmobilie. Die Dienstleistung ist eine wichtige Informationsquelle für alle, die ein Haus oder eine Wohnung besitzen, kaufen oder verkaufen. Dank diesem Tool bekommen unsere Kunden eine umfassende Bewertung zu der Erreichbarkeit, Entfernung zu Schulen, Restaurants oder Einkaufsmöglichkeiten. Auch einfliessen tut die Aussicht, die Lärmbelastung oder weitere Umweltfaktoren. Zudem sehen unsere Kunden auch, wie Liegenschaften in der Nachbarschaft bewertet werden. Nicht nur Kunden mit einer VZ-Hypothek können die neue Dienstleistung nutzen. Auch Kunden, die eine Hypothek bei einem Drittanbieter haben, können davon profitieren. Die einzige Voraussetzung ist der Zugang zum Finanzportal. Im Finanzportal finden Sie das neue Bewertungstool im Bereich Liegenschaften und Hypotheken. Wenn Sie noch kein Login zum VZ-Finanzportal haben, dann kontaktieren Sie jetzt Ihren Berater. Er führt Sie gerne durch das neue Tool und verratet Ihnen die besten Tricks, wie Sie das Finanzportal optimal nutzen können. ZD3 Vielen Dank.